Musik Was geht Leute, mein Name ist Luf und jetzt wir kommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim Wir sind... Hi Blaze Wir sind zurück bei meinem Haus und ich weiß gar nicht Genau, wir wollten ein weiteres Fragment von Wuthrad in unserem Besitz bringen Ja, das ist ziemlich zu planen, den wir jetzt haben Ich werde es... Riesen-Google-Doom-Fans sind... Den habe ich doch nicht schon getötet, habe ich das nicht gemacht Oh Die habe ich anscheinend auch schon mal gemacht, aber Ein jede Krankheit vergeben Einen Segen, okay Ähm Was wollte ich gerade sagen, wir... Ich habe die Festung schon mal gemacht Aber halt noch nicht das Wehrwolf und anscheinend... Wurde die wieder infestiert Ja... Ja, mal sehen, ob das gar nichts weich... Oh 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 Ähm... Ja, ich gehe mal schnell Ich muss mich noch schnell vorbereiten Entschuldigung Also, was für ein Schreinnehmer denn Ähm... Wir haben Feuerblitz, haben wir jetzt ausgerüstet Äh... Todeszeichen hilft manchmal Äh... Was haben wir hier noch? steinhaut haben wir gar nicht gar nicht weil das ja ein wort ist ich werde das mal in meiner rente auch gott die musik gut die sind flammen in schutz und genau hilft das was ein drache es sind zu viele ok ich bin ich bin wissen in der unterzahl ich hätte jemand mit mitbringen sollen ok was machst du wo gehst du denn hin diese bitch ist genauso wichtig ok ich bin glaube ich ein bisschen nicht so gut gerade moment ich muss meine ich muss mal sehen was ich hier alles habe der füllt ihn gar nicht mal richtig auf ich habe nur einen mächtigen das war jetzt voll dumm das hätte ich nicht tun sollen aber hey einmal eine dummheit immer eine dummheit was tust du ich kann euch nicht versiegen ah du ah fuck ah ok das war das war ungeschickt das war alles andere als geschickt ich werde jetzt ich werde zuerst nach drachenfeste gehen ich werde mir steinhaut holen weil das ist eine nötigkeit das ist eine sehr große nötigkeit wenn ihr nicht wisst was steinhaut ist das ist ein zauber das ist ein guter zauber der macht dass man ähm mehr rüstung hat und irgendwie nützt mir 300 rüstung überhaupt gar nichts wie spät ist es ja er könnte mir vielleicht gerade noch sowas verkaufen ähm ja bitte lass mich rein sind wir noch sieben bitte lass sieben sein ich werde auch bloß ok 2 2 minuten sind vergangen um in dieses scheiß haus zu kommen ok gehen wir zu farangar und sehen was er uns so verkauft der letzte ihr wollt also die arkanen künste meistern ähm eichenhaut 60 sekunden 40 und steinhaut 60 sekunden 60 das brauche ich das brauche ich Entschuldigung ähm ach ne was kenne ich bereits wenn ihr die entspricht in der magie wohnen ja ist gut halt die fresse sorry ich brauche sie gerade im moment nicht da in der fresse natürlich äh d d d ok wo habe ich es ok wo habe ich ein steinhaut habe ich das übersehen ah ah ich dachte das ist hier wegen dem schützen aha veränderung lehrling verstand ich habe ja jetzt eine neue stufe ähm magiker sehr wichtig also packe ich das in magiker äh veränderungen ne oh das muss ich das muss ich genau ach scheiße ok mal sehen ob das wie genau hat mir das jetzt geholfen ähm minus 46 ha hm ich bin gerade sehr ein bisschen verwirrt aber hey wir gehen jetzt zu dieser scheiß festung und machen die alle nieder ach ne ach ne das das verbessert sich ja recht gut denn wieso habe ich den meck genommen ich weiß das gar nicht ich habe gar keine zeit für dich ich habe gar keine zeit für dich aber wenn die anderen sich gut mit dir befassen dann ist es ja gut da 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 warte schnell äh oh 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 komm schon höchste heilung hi wer hat denn noch auf mich geschossen oder ist er jetzt tot dort hinten ich habe gar kein letztes ok doof ähm ähm äh heilung starke heilung regeneration äh und ja ok drachenfall wo ist denn er hin wo ist er hin wo ist er gelandet oh ne mein pferd du und gut nicht mein pferd du mother fucker gut geh mal ja die seele folgt uns ja ne ah wartet ich will das mal ansehen ha ne 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 irgendwie hör auf man sagte wenn ein drachen brennt dann sieht man das auf der karte aber das stimmt gar nicht irgendwie ok es stimmt nicht anscheinend ach gehen wir mal rein und ich vergesse immer dass ich ich habe zu viele sachen hier ähm ich nehme feuerblitz feuerblitz ist mir am einfachsten äh das wartet ich werde das alles mal unfavoriten aber das werde ich offscreen machen alles mal weg machen und dafür die nützlichsten sachen brauche ich dann äh steinhaut wo ist welche hand habe ich es jetzt rechts gut dann habe ich es da dann mache ich feuerblitz so und gehe jetzt da rein und hoffentlich ich okay ne es verbessert mir überhaupt gerne nichts überhaupt gerne nichts so eine ähm ewigen magiker und und plastieren wir uns mal durch dass sie meinen arm abbauen ab habe ich mehr sorry aber es war offen ja komm wow w h w h warte mal schnell Okay, das war jetzt komisch. Hallo? Das war Drachenfall. Das war eine doof Idee. Todeszeichen. Komm. Die bleiben da hängen. Und da. Okay. Das war einfach. Einfach, als ich gedacht habe. Ich weiß gar nicht, wieso alle so stark waren vorher. Wie Orsinium an die Orks fiel. Okay, nehmen wir das mal mit. Und sehen, was... Warte. Genau, hier. Hi. Gold 4. Das Werwolf-Sein bringt mir im Moment überhaupt gar nichts. Weil mit Dawnguard kommt auch ein Deal, äh... Ein ganz neuer Perk-Tree. Oh Gott, ich kann ja nicht mehr... Ey, wo muss ich überhaupt durch? Perk-Tree. Genau. Ich muss angeblich mir nicht... Muss ich... Ah, da geht's ja durch. Ne, geht's nicht. Okay, also muss ich... Ne, das ist Himmelsrand. Was? Hier drin... Ich muss gar nicht hier drin sein. Was ist denn das, ey? Komm. Ähm, ähm, ähm... Hier. Okay. Ah, dann bin ich einfach in die falsche Sektion gegangen. Hier drin ist gar nichts. Hier ist wirklich nur zum... Abbauen. Und das gibt's ja. Das soll ja auch mal vorkommen, ne? Ähm. Ah, ich muss da oben hin. Sack, doch das Gläsch. Vielleicht habe ich das... Oh Gott, ich kann nicht reden. Vielleicht habe ich das übersehen. Ne, ich war hier. Ich habe aber gedacht, es geht unten rein, aber egal. Hm. Ist jemand am Schlafen? Irgendjemand? Oh, hi. Jetzt muss ich mir ganz gut überlegen, was ich machen werde mit dem. Wenn er schon so nichts macht. Oh, wow. Wow, direkt von meiner Fresse. Wow. Ah, tot. Yes. Was ist denn das? Oh, Getschutzei. Ah, der ist nicht so stark. Wow. Das... Ah, jetzt habe ich aber Glück. Jetzt hatte ich aber echt Glück. Ähm. Was ist denn das? Ein Elfen durch. Okay. Puh. Akatosh. Talos. Fragment von Wuthrad. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Stopp darf funken. Äh, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Und das nehme ich mir mal mit. Ein guter Fang haben wir heute. Das war ein guter Fang. Oh. Danke. Okay. Ah, ich habe gar nicht gesehen, was der dabei hat. Oh. Schlüssel. Genau. Gut. Das war eigentlich alles, was ich gebraucht habe. Oh, war das... Hm. Hm. Es kam nur, sieht nicht so aus. Ich habe ihn gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Als ich in Servingard war. Irgendwie erwähnt das gar niemand mehr. So, von wegen... Ah, wo warst denn du? Wie hast du Aldrin besiegt? Oh ja, ist keine große Sache. Ich war im Reich der Toten. Habe euren ursprünglichen Anführer gesehen? Ja, er war richtig nett und so. Aber nee. Braucht ja keiner wissen. Ha. Ist ja eh da. Hi. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ich habe das Fragment. Ein weiteres Stück Ruhm. Guter Arbeit, Schildbruder. Oh, 300. Was ist das nächste Ziel? Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der silbernen Hand in Rift herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Pläne stehlen. Steht Penas Bruch her im Tal. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Skior ist tot. Wissen die das schon? Oder hat Ela... Ela, Ela. Einfach nichts gesagt. Was soll da stehen? Becher. Der will ich doch gar nicht stehen. Ich gehöre doch zu ihm. Wie soll er da stehen? Gift. Alduin ist echt. Ah, gut. Gut. Gold können wir immer gut gebrauchen. Dann geben wir mal Pläne stehen. Das wird auch die letzte Mission für diesen Part sein, weil ich mich auf halbstündige Parts beschränken werde, damit die Brei ein bisschen vorankommen. Ich vergesse immer. Ich bin immer in Sims-Modus und in Sims braucht man nicht auf die Dings gehen, sondern man zieht sich durch die Karte. Ähm... Ah, in Rift muss ich sowieso hin. Bruch her im Tal, okay. Ähm. Wie komme ich da am besten hin? Das ist ja voll am Rand von Himmelsrand. Ha, 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 ha. Am besten... Ich denke, am besten reite ich von hier nach da, ne? Oder ich gehe... ...zu einem Nebelschleier. Warte schnell, ich muss das vom Screen her... Okay, ne, von hier ist es eigentlich schon besser. Mit dem Pferd. Aber ja, einmal geschützt, schützt, blablabla, okay. Also werde ich nachher noch offscreen was machen. Ich werde mich ein bisschen mehr besser organisieren, weil meine... ...meine eigentlich legendäre Awesome-Rüstung ist eigentlich richtig scheiße. Da ist wer gestorben. Das sind... Ähm... Hi! Oh, pfff, hi! Sorry, aber ich... Ähm... Ähm... Ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Okay, das ist richtig. La... Ne, 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 ne. Mein Pferd, nicht mein Pferd, nicht mein Pferd, nicht... Oh Gott, mein Pferd ist so langsam. Oh Gott, mein Pferd ist so langsam. nähre wer wir wissen du flüchtling okay na tschuldigung ich kann dir gerade nicht helfen ich hab grad selber probleme bist du wirst du wo kommen die leute es ist normal warte genau ich muss okay 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 sorry ich bin ich bin gerade ein bisschen in panik verfallen weil es vorne und das sind gerade gegner das ist eigentlich nicht gut ist sollte das passieren eigentlich recht unfair kommt schon ich denke ich hätte auch den weg hier unten nehmen können aber ein bär das ist ein bär das ist ein bär das ist ein Bern macht mehr Angst nimm das Rentier dass kein Rentier und ihr wisst was ich meine was sind Brüssel Leitmann ich schaffe ich kann es stehen können wir vielleicht die Hauptkarte aufspüren ganz normale Sachen sind wir schon da wir sind ein Starne um sorry okay weißt du was ich hab ja so richtig genug von euch allen wo genau müssen wir denn hin nee überhaupt nicht irgendwo hier sondern wir sind eigentlich hier genau was ist das hier oben oder müssen wir hier unten das könnte auch gut sein okay gut das ist hier unten das wusste ich nicht ähm ich höre wer reden wen wir könnten äh Dings machen ätherische Gestalt okay das war wahrscheinlich blöd das war recht blöd ja das war blöd okay okay ähm ah jetzt muss ich da wieder raufklettern oh ey ich oh komm 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 du bist das Drachenblut drachenblüter sollten nicht klettern müssen können was ähm hier oben ist es ja ja ach was haben die alles dabei 5 gold krankheitsheilung was ich jetzt machen werde ich werde jetzt genau da gehe ich da rein und mache mein Ding ach ach du liebe Güte hi jemand zuhause das hier mal pennen oder wow wow der war schnell ihr gehört mir stirb krankheitsheilung sie hat mich nicht gesehen wo seid ihr ha ja ich könnte dir eine kleine überraschung geben stirb doch alles was ihr könnt doch doch ich werde ha ha 2 kriegste Flammen nämlich mal mit ich glaube ich hab noch keine Flammen ähm Upgrade Dings aber ja irgendwelche Pläne vielleicht noch mal ein Fragment von Wurthrad hier oben ja geil Schlacht von Sankretor zweihändig verbessert gut den scheiß Eisenhelm den niemand tragen will also kriegsliste silbernen Hand scht dir dem der Schießkunst ja wow ah au ähm das hat weh getan denke ich ich frage mich was weiter unten hier ist ist hier vielleicht noch ein Worte macht oder einfach nur ein paar Sachen die scheiße sind paar Knochen ok starkes Gift Frosbis und ein toter Nord über überbringe Leifnars Familie die Nachricht über seinen Tod wer ist Leifnar ähm das das sieht sehr falsch aus ähm ja das sieht sehr falsch aus ähm ich werde ja auch hier viel karten müssen gehen jetzt zurück zu äh 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 und übergeben mir die Pläne und dann werden wir weitermachen im nächsten Part und ich werde bis dahin noch ein bisschen arbeiten mhm zum nicht komplett scheiße zu sein weil meine Rüstung ich hab zwar 300 oder so aber äh es ist ein schöner Tag wenn ihr in der Nähe seid oh danke ihr habt ihr etwa vor alles niederzubrennen verdammter Dummkopf ne hab ich nicht ich bin kein Pyromaner sondern ich bin ein verrücktes Drachenblut das Aldrin bezogen hat also seht euch vor verdammt nochmal ich fühle mich für mich krank ach also ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt ich glaube nicht dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat noch nicht ich hab die Pläne perfekt hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen ich denke dass wir sie in die Flucht geschlagen haben ich suche nach Arbeit und es gibt auch noch viel zu tun aber leider hat Kotlack von unserem treiben Wind bekommen er möchte euch sehen ich gebe euch einen Rat seid immer ehrlich zum Alten aber erzählt ihm nichts was er nicht wissen muss die Ehre des Blutes so das wären wir habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? ich wünschte ich könnte euch begleiten wird nicht mehr lange dauern gut danke euch ganz herzlich fürs Zusehen geht auf meinen Kanal für eure Videos und nächster Part wird Part 20 sein und ich werde euch sehen im nächsten Video Cheerio PLEW